Hallo, ich bin David vom Fitness Connection Sourcy und ich freue mich, dass du heute bei uns bei unserem Wochenpass inserat hineinschauen kannst. Ich zeige dir heute ein Trainingsprogramm, wie du dieses Jahr noch deine Sommerfigur erreichen kannst. Wir schauen gleich zusammen die Übungen an. Die erste von den drei Übungen, die wir heute machen, ist die klassische Liegestütze. Für die gehen wir an den Boden, wo wir uns mit beiden Händen am Boden abstützen, wir wollen uns nachher auf den Füssen abstützen, schauen, dass der Körper und der Rücken schön gespannt und gerade ist und dann langsam das Gewicht nach unten bringen und ist wieder vom Boden weg zu drücken. Frauen versuchen auch fünf Wiederholungen zu machen, Männer versuchen auch zehn Wiederholungen zu machen. Wichtig, dass die Hände etwa schulterbreit sind und nicht zu weit oben sind, sondern etwa auf Höhe vom Brustbein. Als zweite Übung zeige ich dir die Kniebüge, auf Englisch Squats. Das ist eine Übung für die gesamte Beinmuskulatur und funktioniert so, dass du mit hüftbreitem Stand langsam in die Hockey gehst, dabei das Gesäß wirst du hinterher schieben und schauen, dass die Knie nicht über die sichere Spitze hinaus schauen. Genau, Frauen versuchen zehn Wiederholungen zu machen, Männer versuchen 20 Wiederholungen zu machen. Wir kommen jetzt auch schon zu der dritten und letzten Übung, zu den sogenannten Planks. Das ist eine statische Übung im Unterarmstütz. Wir sind wie gesagt auf den Unterarm, die Füsse am Boden und dann ist der ganze Körper durchgestreckt. Und das ist eine Übung, die wir so statisch halten. Und das ist für die ganze Rumpf- und Rückenmuskulatur eine ideale Übung. Die Übung probieren wir jetzt 30 Sekunden am Stück so zu halten. Die drei Übungen, die ich dir jetzt gezeigt habe, sind auch schon das ganze Trainingsprogramm. Probier diesen Trainingsablauf während zehn Minuten so oft wie möglich hintereinander durchzuführen und dabei eine möglichst kurze Pause zwischen denen zu machen. Ich danke dir, dass du heute bei uns im Trainingsvideo reingeschaut hast. Und für weitere Fragen oder wenn du von einer umfassenden Trainingsberatung profitieren möchtest, kannst du dich bei uns beim Fitness Connection Source für ein kostenloses Probetraining melden. Das war die Übung. Wir sind sehr wichtig. Und wir können die Zeit haben geliefert. Wir wollen eben nicht die Zeit dla uns ein bisschen.